Ich, Pylo, hab vergessen, was ich machen wollte, aber ich hab gerade gesehen, das ist jetzt 19 Uhr. Das ist eine gute Zeit, eigentlich schon weiterzumachen, aber es sehnt mich jetzt schon wieder nach dem Sofa. Wo mich dann, ähm, äh, blödes Level, wo mich dann fleißig Akte X erwarten könnte. Oh, ich bin aber so dumm, dass ich es eigentlich gar nicht verdient habe, Feierabend zu machen. Unfassbar. So, den geheimen Ausgang hatte ich aber schon, ne? Das heißt, ich kann jetzt hier theoretisch versuchen, durchzurushen, wenn ich nur am Leben bliebe. Da war der geheime Ausgang. Ja, nee. Ich hatte B leider gedrückt gehalten, anstatt, äh, draufzudrücken, wie ich das eigentlich vorhin war. Ah, hier, ja, leider diesmal nur ein Maschuh. Na, weil ich ja leider klein war. Eine Feierblube. Komm, 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 komm. Man kann Penner auch für seinen eigenen Vorteil nutzen. Hey. Wenn man so schlecht ist wie ich, dann muss man das auch. So, ich hätte auch den Stern nehmen können, aber ich wollte den Stern nicht. Naja, für alle Fälle nehmen wir das mal mit. Und rushen, und rushen, und rushen. It's the Russians 5, they achieve it too. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hier, das ist ein kleiner Zauberkünstler der da rechts, passt mal auf hier. Ja, freigeteilt. Macht nix. Bonus-Level. Dann. So. Naja. Hat jetzt auch nicht viel geändert, ne? Nein, so doch nicht. So auch nicht. So schon eher. Knapp. Yes, Sass Maria. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Nämlich so und 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 so macht acht Stück. Wieder was erreicht. Nämlich nix. Morgen mache ich aber Donnerplanes. Ah, nee. Vanilla Ghost. Nein, Vanilla Dome. One. Den Geheim. Nekig. Drei. 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 Vielen Dank.